Hallöchen, meine lieben Freunde, wir machen weiter mit Stronghold Crusader. Mission Nr. 2. Heraklea? Heraklea? Heißt es Heraklea, die Reise gen Süd? Ich glaube ja. Wir werden sehen. Baut die Weizenfarmen um die Stadt Heraklea wieder auf, um die Armee zu versorgen. Späher melden, dass türkische Räuber in der Nähe ihr Unwesen treiben. 300 Brot. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen niedriger hier. 300 Brot sollen wir einsammeln. So, die Gegner können immer bei den Wegweisern spawnen. Also drei Plätze hier. Vorratslager ist voll. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ich weiß nicht, was da hinten, diese Holzhütten-Säulen, absoluter Schwachsinn. Viel zu weit weg. Setze ich mal hier zwei hin. Ähm, Bogenschützen. Bisschen Gold habe ich ja. So, meine Nahrung ist auch soweit versorgt. Können wir hier noch einen hinsetzen? Ja. Abfackeln dürfte hier nix, ne? Nö. Okay. Kann ich die Geschwindigkeit auch wieder erhöhen. Verkaufen kann ich übrigens nix, ne? Also, ich muss wirklich mit den Sachen klarkommen, die ich hier habe. Eure Befehle? Rücken aus! Schick da mal ein paar Bogenschützen hin. Ich denke, ich kann ohne Probleme noch zwei Holzfäller holen. Weil wir ja schon einen stetigen Verbrauch an Holz haben. Mit, äh, den, ähm, Bogenmachern hier. Einen dritten. Eins, nach drei. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Ja, ist ja gut. Wir machen einfach noch eine Hütte hier. Dann gibt es ja wohl keine Probleme. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, seier. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Unsere Lebensmittelvorräte schwindet dahin, feuer Kuraten. Bitte kein Barut verbrauchen. Alles gut, nice. Sehr schön. Bin zur Stelle. Neue Bogenschützen. Damit habe ich in meiner Armee schon mehr als verdoppelt jetzt. Schön. Ein guter Hinweis hier. Dann kann ich, glaube ich, auch noch mal ohne weiteres noch eine Hütte bauen. Ne, ich habe die übrigens nicht verdoppelt. Mir fehlt noch einer bis zum Verdoppeln. Aber jetzt habe ich sie verdoppelt. Okay, da gibt es auch keine Anzeige. Es gibt später in den Missionen immer so eine Anzeige. So und so viel, äh, Minuten noch bis zur großen Schlacht. Und dann kommen halt, äh, kommt halt so eine riesige Armee. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber das ist hier nicht. Ich denke, dass hier einfach nur... Unsere Lebensmittelvorräte... Ja, können auch ein paar Gegner kommen werden. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. 24-Boot. So. Unsere Lebensmittelvorräte... Eine kleine Gruppe arabischer Truppenbesser... Jetzt wird ja immer gucken, wie schnell. Bin zur Stelle. Ja. In Bewegung. Wenn sie nicht von hier kommen, kommen sie nämlich von rechts. Rücken aus. Die arabischen Streitkräfte greifen an. Ja, jetzt kommen wir rechts. Ah, hier. Berittene Bogenschützen. Okay. Wenn das wirklich berittene Bogenschützen die ganze Zeit sind, dann möchte ich bitte Pekingiere haben. Ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen... Es werden Waffen benötigt sein. Also meine normalen Bogenschützen gegen die berittenen Bogenschützen ist Katastrophe, habt ihr gesehen, ne? Also... Kann man ja Pfeife rauchen. Ja, Brot läuft auch. Bin zur Stelle. Mein Herr, in Bewegung. Ihr könnt auf uns zählen. Ihr könnt auf uns zählen. Eure Befehle? Ich brauche meinen Lanzen. Eine kleine Gruppe arabischer Truppen befindet sich auf dem Weg zur Burg. Ihr könnt auf uns zählen. Wenn sie von hier kommen, sind die im Arsch. Dann sind sie fertig. Die arabischen Streitkräfte greifen an. Nein. Bogenschützen bereit. Rücken aus. Womit kann ich dienen? Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ich sag ja, die Bogenschützen, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Ach, die Bogenschützen kann man einfach, die kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Jetzt müssen sie natürlich ein bisschen sich beeilen hier, ne? Weil... Kommt bald schon die nächste Einheit. Ihr könnt auf uns zählen. Ich speichere mal hier eben kurz. Eins. Speichern. Dann kann ich die nämlich im Zweifel einfach dahin schieben, wo ich sie brauche. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Wohin gehen wir? Ein weiter Weg. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Mein Herr. Sind auf dem Weg. Ich kann nur hoffen, dass sie von dort oder von dort kommen. Wenn sie von hier kommen, habe ich ein Problem. Mist. Sie kommen schon wieder von der falschen Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Bereit. Wir röcken aus. Türlich. Und weiter ein Kinderspiel. Okay. Ein weiter Weg. Ihr könnt auf uns zählen. Es wird ein Waffen benötigt, Sire. Damit kann ich Ihnen euren Wunsch. 243. Ich möchte gerne nochmal nochmal hier zwei weg. Wenn wir das ein bisschen langsamer machen. Ich möchte nämlich nochmal gleich gerne sehen, wie ich die, äh... Es ist ein Waffen benötigt, Sire. Ich die da erledige. Es ist ein Waffen benötigt. Ja, bitte. Ein weiter Weg. Eure Befehle? Ein weiter Weg. Ich meine, die Bogenschützen... Das war eine schlechte Idee, aber ich wusste nicht, welche Einheiten da kommen. Hätten ja auch Lanzenträger kommen können oder so. Aber natürlich gegen diese arabischen Bogenschützen. Da sind natürlich die Beginiere... Topnotch. 255. Es wird ein Waffen benötigt, Sire. Gehen wir. Die spawnen dann gleich. Die werden einfach instant... Instant packern. Also geben gar keine Chance. Also ich will eigentlich nur eine einzige Sache abwarten. Ja, also eine... Ein einziger, äh... Das Eingriff war echt mir hier. Ein weiter Weg. Eine kleine Gruppe arabischer Truppen befindet sich auf dem Weg zur Burg. So, jetzt bin ich gespannt. Ihr könnt auf uns zählen. Allzeit bereit. Ich sage von unten rechts. Ich speichere mal. Speichern. Das ist wie beim Roulette. Auf'n Dutzend setzen. Ich sage unten rechts. Die arabischen Streitkräfte greifen an. Schlechter Scherz. Überhaupt gar kein Problem. Überhaupt gar kein Problem. Mega easy. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ja, das hätte ich mal von Anfang an so machen sollen. Ein weiter Weg. Ich brauche eine einzige Nahrungsladung. Dann war's das. 20 Brot. Ich bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Mein Bogen ist euer. Ich meine, ich habe jetzt sogar schon wieder ordentlich Bogenschützen, aber... Bogenschützen gegen berittene Bogenschützen, die sind so im Nachteil. Na, das war's. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Sind wir noch nicht? Müsste es aber jetzt so gewesen sein. Na also. Wir sind siegreich, Sire. Schön. Gut. Dann geht's in der nächsten Folge weiter mit der nächsten Mission, mit der Mission Nummer 3, Antiochia, die Gegenbelagerung. Ja, bis dahin. Macht's mal gut. Wir hören uns bis zur nächsten Folge. Ciao.